So hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Rainbow Six Siege. Ich spiele immer wieder alleine und meine Drohne bringe ich mal wieder in Sicherheit. Kannste vergessen. Ich habe hier einen Bock. Ah, schade. Da konnte ich ihn leider nicht noch mal treffen. So, jetzt nehmen wir noch ein Stückchen aus dem Kaffee-Pott. Wie geht es jetzt los? Aber die haben da mal gehörig einen Rhein-Rhein-Semmeln. Ich bin wieder total erschrocken. Magazinwechsel. Leut, das war... Wir werden hier unter CAM vuelen. Leut, du, du bist eine Frau. Außer auf die Autor. Außer auf. der ist tot jetzt bräuchte ich Ash, damit wir hier noch mehr drauf machen können werde ich hier angeschossen? nix da, damit es nicht schon klar war dat war zu easy damit hätte ich echt gerechnet oh der snapper top, die ersten vier Schüsse waren drauf gefühlt aber der Gegner konnte sich noch easy bewegen so Frost definitiv die beste Wahl gerade wenn wir auch jetzt die gleiche Position spielen oder generell auf der Web ich erinnere mich noch gut an dieser Szene wo ich tot war und trotzdem die Runde entschieden habe weil der letzte Gegner in meiner Falle reingeschleupert ist oder eigentlich die letzten zwei Gegner sogar in meiner Falle das war Prämien so hmm, wie machen wir denn das? vielleicht wird das sagen keine Ahnung, ob es irgendwie sinnvoll ist ich werde nur mal eine Falle einfach reinlegen und dann verpiesel ich mich nach oben und schieße ich von oben ab wenn wir reinkommen Aua Hilfe Mami na komm mal nochmal wow alles klar jetzt will ich mal wissen wie viel er von mir gesehen hat ich sehe da gar nichts von mir aber okay naja, ist halt so sie haben einen Schaffer gelegt was macht ihr da? der Entschärfer steht schon der Sniper würde jetzt wegschießen oder? lol wo war der Sniper? der Sniper hat es nicht gecheckt wie lucky also besser hätte es ja echt nicht laufen können auch wenn ich ein bisschen kacki gespielt habe so im Angriff hin können wir nachher zocken Termit ach komm sieht da jetzt nach einer richtig schnellen Runde aus mal gucken ob wir die unter 10 Minuten kriegen wenn wir jetzt gewinnen das wäre jetzt was so diesmal wird es bestimmt unten sein oder Küche oder oben gleiche Position wie davor doch Küche wieso stecken sie denn da? muss ich irgendwie nicht verstehen einer sitzt direkt am Küchenfenster so ich würde sagen nehmen wir einen Schädel gleich mal als Anlass genommen ja ich bin ein bisschen spät gesehen war ein bisschen verwirrt von dem ähm von dem Termit der praktisch genau dahinter war weil ich habe ich überhaupt nicht gecheckt dass da einer von uns äh von den Gegnern ist noch einer weg die wollen aber auch die Köpfe rausstecken war und so schön die Kugeln fangt finde ich nicht schlimm können sie ruhig machen aktives Verteidigungssystem geben schönes Ding alter unter 10 Minuten alter war das ne cleanrunde Ich hab sogar noch richtig Action gemacht Crazy Shit Alter, was war das für ein Luckshot, das sah ja richtig crazy aus Makelloser Sieg, also Wirklich mehr als makellos Und diesmal war ich nicht nur Statist So wie manchmal sonst war Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in einer Richtig gellsten Runde von Rainbow Six Siege wieder Also haut raus, bis denn jetzt